ja noch ein kurzer hinterher das hier klingt ja nicht so fett ist schon besser aber letztlich ist es doch so wir haben nicht genügend badem um es ordentlich krachen zu lassen mit riffs ist okay aber es gibt so einen lustigen fußtreter nennt sich octave der kann das klingt im moment nicht so spektakulär aber wenn ich den verzerrer dazu mache ohne mit so ein octaver macht eine oktave unter das signal drunter und das gibt uns einfach den bums den wir untenrum noch brauchen ja so das zweite ding von dem ich finde dass man es noch mal ausprobiert haben sollte ist ein so genanntes wie heißt das eigentlich ja vocoder dingsbumsi ist eine eine unterform des des touch war es klingt so und mit fachsera Schau, jetzt kann man natürlich noch ganz fies den Octaver drunter packen. Und dann, 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 dann. Jey, wenn ihr mehr lustige Videos von mir wollt, Kanal abonnieren, Like dalassen, Gruß-Mail schreiben mit den Worten Isolu bist so super oder einfach weiterempfehlen. In diesem Sinne, Tschüße, bis bald!